So, hallo hallo, warum ich mir den Controller angelegt habe, hier, dann geht es weiter mit den letzten Metern ReCore, krass wir haben Quality Options, ich glaube es nicht, wir haben Quality Options, dass ich das noch erleben darf. So, wir haben das letzte Mal noch die ganzen Roboter geupgradet, das heißt diesmal hauen sie hoffentlich ein bisschen kräftiger zu, ich denke wir machen dann dieser großen Wüste weiter, da ist auf jeden Fall noch jede Menge zu holen. Ach genau, da haben wir das letzte Mal uns das angeguckt und nicht geschafft. Na denn, würde ich mal sagen, ist das unser nächstes Ziel. Ja, allein schon, weil es immer so belastend ist, diese ganzen Schalter zu finden. Bin mir nicht mal sicher, ob wir das letzte Mal alle gefunden haben. Wird da oben gerade ein gesehen. So, sonst ist hier vorne keiner, ne? Also das ist der Erste. Gott, das ist immer so schwer zu sehen. Okay, wir waren dann noch irgendwo. Okay, sonst habe ich da keinen übersehen. Das waren erst, das waren erst zwei? Echt? Keinen dazwischen, okay. Okay. Ey, dieses Ding ist aber auch... Boah. Boah. So, das Ding muss irgendwie so abgeschlossen werden, dass es runterfällt. So, im ersten Gang hatten wir jetzt drei Schalter gefunden. Die Zeit schaffen wir eh nicht mehr, von daher gucken, dass wir keinen übersehen und alle finden. Okay, also im ersten Gang sind es nur drei. Wenn ich es jetzt richtig sehe. War da hinten einer? Hm. Da hinten ist einer. Das war der, ne? So, nochmal vier. Okay. Äh, die Zeit ist abgelaufen. Aber wir müssen sowieso erstmal in Ruhe gucken, dass wir hier nichts verpassen. So, da hinten ist einer. Fünf. Hmm. Hm. 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 Okay 6 Ach komm 7 8 8 9 10 10 11 Sieben. Okay. Hoffentlich kommt noch einer. Ich sag bloß, wir haben schon wieder einen verpasst. Ich glaube ganz... Da hinten ist aber noch einer. Okay, dann haben wir alle. Okay. Hui. So, jetzt noch in einer ordentlichen Zeit und dann haben wir es. Wieso auch immer die Terrasse hier so zugebaut sind. Nicht, dass das Tec noch brauchen würde. Okay, jetzt aber. Ich sehe schon, wie einfach der Schlüssel gleich nicht runterfällt. Okay. 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 Nein. Oh Gott. Ah. Ach Gott. Gibt es da wirklich keine Möglichkeit, darauf zu kommen? So. 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 Und am Schluss waren nochmal drei, ne? So. Ach komm. Gut, dass ich nicht nur wie Mario Speedrunner bin und mir alle acht rote Münzen immer merken müsste. Niemand kann das. Naja, ich bin aber jetzt noch weiter, um zu gucken, ob ich jetzt auch alle, alle Schatter... ...oder nicht... ...genau. Und da ist der Letzter. So. 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 Mann, in die andere Richtung. So. 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 Ach komm Come here, buddy Nein No NOOOOO To me. Back to me. Give me a lift. Here we go. Set, give me a lift. Ey. Warum auch immer er da jetzt nicht gegriffen hat. Let's go, Zack. Here we go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ah, cool. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Das war's für heute. 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 Okay, die hat einfach mal einen anderen Startpunkt. Ich kann doch hier auch nicht auf diese bescheuerte Plattform warten, oder? Kann ich? Muss ich vielleicht. Wahrscheinlich immer noch schneller kurz zu warten, als dreimal abzustürzen. Okay. Oh Gott. Surprise, surprise. What have we here? Okay. 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 Mein Kaffee steht immer so weit weg. Wieso tue ich mir das an? Okay. 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 New arena dungeon. nhi��ischer Schubert. Hier sind auch immer mal so dunklere Stellen im Sand. Soll ich ihn dann da graben lassen? Oh. Hat er was gefunden? Ja komm Ich kann die ganzen Dinger da eh nicht alle herstellen 16 sollte ja kein Problem sein Stand doch grad da und 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 naja wieder 8 Ops finden schnell sein und und so dann hab ich jetzt 3 4 achso das ist ja wieder erinnern das heißt jetzt kommen wir einfach ganz genau und 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 oh god der ist so krass und 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 so viel kram Wie soll ich denn das alles herstellen Das war's für heute. Das war's für heute. Das war schnell und schmerzlos. Hoffen wir mal, dass der blöde Sturm weg ist. Das war's für heute. Das war's für heute. Boah, machen die Damage. Äh, wo bin ich denn jetzt? Ich war eben hier unten. Ich wollte eigentlich nicht rein, aber ich wollte da schon hin. Hallo. Katze ist wieder da. Katze macht krach. Ich glaube, der hat ihr Fressen heute nicht geschmeckt. Äh, ist zumindest noch relativ viel übrig. Bis zum nächsten Mal. So, neuer Versuch. Oh. 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 Komme ich hier auch wieder einfach nach oben, wenn ich da unten die Sachen einsammle? Weiß es nicht. Mag ist zu krass. Was ist das? 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 Er liegt jetzt neben mir und schläft. So, wo geht es denn da hin? Achso, hier geht es nur raus. Nö, nur ein Zeug wegbringen. So, hier geht es nur ein Zeug wegbringen. So, hier geht es nur ein Zeug wegbringen. So, hier am Rand ist irgendwie genau gar nichts. So, hier geht es nur ein Zeug. New Traversal Dungeon. Okay, Obsidian Run. Ist das das da ganz unten? Storm Eminent. So, hier geht es. Da blinkt auf jeden Fall irgendwas. Und was greift mich an? Irgendwie unter mir. Okay. Dann kommt er hoch. Ach Gott, hier ist ein krasses Dungeon. Da brauchen wir fünf Schlüssel und zwei habe ich jetzt. Okay. War ich da hinten schon? Da ist irgend so eine Station. Hm, ich kann nicht einschätzen, wie weit das ist. Ich glaube es ist ja nicht so weit. Ach nein, 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 nein. Das ist die Truhe. Ich glaube, dann habe ich oben alles. Ich glaube, dann gehe ich mal ein Stück nach unten. Guck mal, was da so ist. Böse Gegner. Ach du Scheiße, macht der für Damage. Wie geht es um, deine Schmerz? Mach es dir so ein bisschen. Auch das kannst du? Ich bin. Ich bin, wenn du dich in meinem Schmerz machen kannst. Was ist das doch toll? Ich bin. Ich bin. Ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020